Was? Ich hab jetzt zwei Hatteriks. Was ist das denn? Wie bitte? Was ist das denn? Äh, das ist wenn du in Rocket Leech drei Tore schießt. Aber wir brauchen was anderes auch noch ganz dringend. Warte ab! Warte ab! Du bist Rocket Leech? Was? Du bist Rocket Leech? Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Spiel auf LOL. 1€ und 8€ von Dual Playerzone. Rainbow Six. Voll geil. Ich sperre eigentlich fast alles, was gut ist. Ich lad jetzt 50€ wieder auf auf Google Play. Warum macht man sowas? Weil ich was kaufen will. Ja, was denn? Ist doch egal. Es kostet 50€. Ich hab gestern eine von der Woche schon 40€ aussehen. Ja, für was? Für'n Spiel? Ja, für was für'n Spiel? Kennst du mich? Woher willst du wissen, dass ich das nicht kenn? Okay, okay, okay. Sag letztlich, du kaufst hier Juwelen bei Clash-Fans. Ich will es nicht ins Steinwert. Nein, nein. Ich spiel das nicht. Ich werde so sagen, dass ich schwöre. Okay. Was? Du spielst was anderes? Es gibt bestimmt dieses komische Candy Crush Saga, wie es heißt. Ja, genau. Das könnte ich mir bei Slime voll gut vorstellen. Aber echt. Trailer hat gute Idee. Scheiße. Weißt du, sie kauft sich jeden Monat für 100€ diese komischen Kugeln da. Diese Farbkugeln. Ja. Und ich schon bei Level 2000 noch was, ja? Ja. Ey, weil die müssen das Spiel in einen noch haben. Kann mir auch gut vorstellen. Du das spielst, Alter. Oh man. Nee, aber jetzt mal im Ernst Slime. Für was für'n Spiel? Egal. Ja, nein. Sag das jetzt. Bin du schon so behindert. Pack mit P an und pack mit O auf. Nö. Komm, sag. Oh. Alles klar. Genau. Was? Nein, sag echt nicht mehr. Hört mit O auf. Ja, komm jetzt sag. Ja. Doch. Du sagst es jetzt, wie du fliegst. Okay. Aus meinen Träumen. Nein! Uiuiui. Du hast vielleicht getrunken. Ja. Ich Trailer natürlich nicht zu developmental. Ich vertraue dir nie mehr wider, wenn du es mir nicht sagst. ich kauf mir mal filmen bei google play ja gut aber ich bin halt so schlau und gebe die filme nur und gebe sie dann nachdem ich sie angesehen habe wieder zurück kann ich mir mit google play netflix kaufen alles klar ich habe schon google play karten daheim liegen du hast so eine dezente störung kann es sein bisschen ich kauf dir 100 euro google play karte für fünf euro ab ja okay die ja gut ja natürlich ich bringe es dir vorbei und wenn ich meine passive karten ich krieg dann verhaue ich dich aber auch in real life nicht in griefer games schaden gemacht